Das 11. Jahrtausend v. Chr. beschreibt den Zeitraum von 11.000 v. Chr. bis 10.000 v. Chr. Zeitrechnung, Epoche. 1. Januar 10.001 v. Chr. Beginn des Jahr 0 im Holuzin-Kalender. Ereignisse Um 10.930 v. Chr. bricht der Vulkan des Lachersees in der Eifel aus. In weiten Teilen Europas ist das ausgeworfene Material in Sedimenten als charakteristische dünne Bimsschicht nachweisbar und kann zur Datierung verwendet werden. Um 10.600 v. Chr. kommt es zum Ausbruch des isländischen Vulkans Katlar. Dieses Solheimer Eruption genannte Ereignis war einer der größten bekannten Vulkanausbrüche in Island. Spuren finden sich rund um den Nordatlantik. Um 10.500 v. Chr. die Jomon-Kultur in Japan, nach ihren typischen mit Schnurmustern dekorierten Keramiken benannt, blüht in Japan. Kleine Tonfiguren werden aufgestellt, die meist weiblich sind. Neben den Tonfiguren werden senkrecht aufgestellte Steine und fallische Symbole verehrt. Die letzten Ruhestätten der Verstorbenen befinden sich immer inmitten der Siedlungen. Punkt Trivia Fantasy-Autor Robert T. Howard siedelt sein hyborisches Zeitalter, in welchem die Abenteuer von Conan dem Cimmeria spielen, in der Zeit um 10.000 v. Chr. an.